Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Rollen. Runde Golf is your friend. Dalu, Maru, Shigo, Flocke. Hallo. Hallo. Ist Koldis wieder an? Oh nein, da war ein Loch oben drin. Kann schon sein. Wie, da war ein Loch oben drin, Flocke? Ey, du hast das doch hundertmal gespielt. Ich hab ihn ja vor 300 Jahren ungefähr. Ja, eben. Ey, ich bin ein bisschen länger zurück, tut mir leid. Also, ich glaub, Flocke spielt das jeden Abend. Das sagst du uns noch nicht. Ja, alleine. Hier steht letztes Mal gespielt vor drei Tagen, mein Flocke. Nein, ich kann mir vorbeispielen, Shigo. Ja, erzähl mir kein Quatsch. Ja, die neueste Map war das. Hier stehens, ey. Ich steh. 13 Stunden innerhalb der letzten zwei Wochen, ja. Aha, das ist ne Lüge. Das ist COD, mein Freund. Warte, war das 3? Das war 3 geradeaus. Drei geradeaus oder vier dahin? Ach, nein. Drei geradeaus. Oh, shit, ich bin hängen geblieben. Hängen geblieben. Ja, was passt. Komm schon, schieb mich rein. Flocke, hau ab. Schieb mich doch rein, bitte. Gott, denn du hast dich einmal verkackt. Okay, Kondran, kannst du einmal? Kann passieren jetzt, ja. Hui. Boink. Oh, Kondision ist aus. Kondision ist aus, aber warum liege ich dann trotzdem nicht drin? Verpackte Map. Kondran, sehr schön. Was, was, was ist denn jetzt, ey? Du bist der neue Alex, ja. Du findest alle Bugs. Hui, ich hab keine Ahnung, wie ich Lüge ist, ich mach nicht einfach. Das war kein Bug, das war absolut verdient. Unvermögen. Oh, was? Den kann ich, also die Map kann ich nicht mehr so, also gar nicht mehr eigentlich. Hab's noch nie gekonnt, ist egal. Uuuuh, kommt schon auf. Oh. Ego, es war nicht übern Berg, ey. Ne. Wir sind auch zitternd. In den Mund des Fingers, von hier. Ah, sehr gut. Ah. Was war das? Murky? Ähm. Blok hat mehr CSGO-Spielzeit als ich, seh ich gerade. Bitte? Du hast mehr CSGO-Spielzeit als ich. Nee. Entschuldigung. Ähm. Okay. Drei war's nicht. Ne, drei ist zu viel. Ne, drei ist zu viel, weil zwei, acht ist richtig. Oh. Bei acht, fünf, ja. Oh. Um's genau zu nehmen. Das ist knapp über zwei, acht. Man muss einfach nur lange warten, bis da Lukard irgendwas sagt. Und dann gibt's die hole in one. Oh. Das war jetzt viel zu leicht. Ey, ich... Ich bin ja die Easy-Vote. Nein, jetzt wird mir auch nicht mal angezeigt. Haben Krabben echt acht Beine? Ich glaub sechs nur, oder nicht? Weil der hat acht. Das sind... Tatsächlich? Das ist eine Languste. Ne, das ist eine Spinnenkrabbe. Kennt ihr die? Die berühmten Spinnenkrabbe? Dauern. Ohne Witz gibt's eine Spinnenkrabbe, aber die ist riesengroß. Also wirklich gigantisch. Die wohnt bestimmt, lass mich raten, in Australien? Ne. Ich glaub die ist sogar... Also... Die ist ja nicht gefährlich. Nein, die ist ja nicht gefährlich. Die ist einfach nur... Die hat ultra lange, lange Beine und ist halt riesengroß. Aber sonst ist es einfach nur ein großer Humor. Also quasi wie ein Model. Das war falsch. Ja. Ja, das war falsch. Nur mit mehr Beinen. Nein. Doch. Sehr gut wird hier gegolft. Pulp. 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 Niemals rüber. Niemals. Von hier war das? Oh. Mein Vorteil ist, bei mir erwartet man nix. Deswegen kann ich mir einfach schlecht sein, wenn ich schlecht bin. Verdammt, der Druck ist so hoch. Hier bleibt tatsächlich nichts anderes übrig, als schlecht zu sein. Das ist auch mein Schicksal. Das ist auch mein Schicksal. Aber von dir erwartet man, dass du ab und zu das Spiel kannst. Hey. Lockert er von uns als letztes gespielt, will ich nur sagen. Oh mein Gott. Nur um festgehalten. Oh fuck. Das war die richtige Geschwindigkeit. Ja, hätte ich so oft gespielt wie du, wüsste ich, dass das der Fall war. Oh mein Gott. Shit ey. Der Speed war richtig, aber einfach nur echt daneben gefehlt. Das ist das richtige Loch, Schieber. Mit dem Horn voraus. Birdy. Birdy. Alles wackelt. Und zurück. Ich dachte, Kundran bleibt hier oben liegen. Das wäre so Kundran in der Nutshell gewesen gerade. Oh nein. Oh Gott. Die rechte Säule war das, ne? Ne. In der Mitte? Oh Gott. Ja. Ah, bin vorbei. Das war wieder zu leicht. Kann man die Hole in one machen? Oh. 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 Oh der war stark. go. Oh. Oh. Oh wasicamente denn? Ab heute ist die erste... Oh, ich verhunger, oh Gott. Oh nein, nicht auf die Rampe, nicht auf die Rampe, nicht auf die Rampe. Tschüss. Hier kommt das Erdbeer Eis. Hier kommt's der Erdbeer Eis. Hier ist Jude ein Erdbeer Eis. Also ich finde in drei kann man die Map schon machen, finde ich. Ich hab zwei gebraucht. Ja, aber ich wollte die Aufnahme spannender machen. Darum geht er, ne? Ab in den Bunker. Also auf den Bunker, dann zu langsam spielen, damit man alles wieder versaut hat. Okay. Dann nochmal. Legen an einem Plan. Kann ich nicht drücken jetzt? Okay, das mache ich auch mal. Also erst in den Bunker. Ja, eigentlich im Optimalfall läufst du vor dem Bunker liegen. Oh ja, das ist jetzt nicht so optimal. Das hättest du vorher sagen müssen. Nein, zu weit. Das ist frech. Das ist geschoben. Kann man hier direkt drüber? Moment. Nein, nein, nein. Du hast, egal wie schnell du schlägst, der Ball geht instant nach unten. Also solange das auf derselben Höhe ist, hast du keine Chance. No! Das war noch schlechter als alles, was ich erwartet habe, was du machen kannst. Ich glaube, es war nicht möglich, den Ball schlechter zu positionieren. Du lachst jetzt. Wenn ich den jetzt direkt rein mache, was sagst du dann, hä? Dann kriegst du... Zielen! Direkt, ne? Direkt heißt ohne Bande. Zielen! Oh, komm schon! Das ist ja nichts. Der ist ja nichts. Der kann ja jetzt schon wieder wegschalten. Wegschalten vor allem. Dann bist du meistens mal... Oh, tschüss! Vor allem ist kein anderer mehr am Rollen, aber... Ihr habt ein Schatzbild eingefügt. Okay. Ey! Mobbing! Neun von zehn Leuten finden Mobbing okay. Oh nein, in diesem Fall vier von fünf, ne? Ja. Ach, Tauter wird's auch gefahren. Das gibt's halt nicht! Ich hab's nicht mal ins Wasser geschafft! Ich lieg davor! Nein! Komm ich! Der Ball kann ich schenken. Komm, 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 komm! Mein Horn ist zu schwer! Das kann sein, aber ich wollte da langsam sein. Nein! Jetzt hab ich's versaut. Warte, ich kann mich noch retten. Na? 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 Ach komm, das sah so aus! Ich hatte die Kamera falsch! Ich dachte, ja, easy. Mein Horn ist zu schwer. Ich bin erst einmal gegen die Brücke geprallt. Und danach haben wir zu drücken. Ja, sehr schade, ne? Komm schon, nicht vergangen. Oh Gott! Mein Horn ist zu schwer. Das ist einfach das Horn. Das stimmt. Zwei Schokobobs reichen auch nicht. Aber, aber, aber! Wie soll ich denn sonst Model werden? Willst du's wirklich? Ich glaube nicht. Mit 1,50? Wie soll das denn gehen? Na ja, es geht pro Schuhe. Also 20 cm. 20 cm. Das wird nicht reichen. 24 cm. Wir können ja tauschen. Also die Größe hab ich. Bin einfach nur zu fett. Oh neiii! Oh, ist jetzt gut dran. Äh, wie komm ich da jetzt rüber? Mit Spure, ey. Das stimmt so toll. Ich bin so auf die Kante gesprungen. Versuche ich's jetzt wieder und treffe die Geschwindigkeit nicht. Oh Mann. Ja, genau. Hey, das hab ich auch geschafft. Ach ja stimmt. Hier hab ich beim letzten Mal 20 Schläge gebraucht. Oh, ich lieg perfekt jetzt. Echt krass, dass ich da die Geschwindigkeit nicht rausbekomme. Oh, jetzt weiß ich die aber hier auch nicht mehr. Was? Was? Ja, ich war grad auch leicht verstärkt. Oh no. Nie im Leben. Nie im Leben. Guck mal, wie schön ich bin hier im Leuchten hier. Tschüssi. Oh hell. Ach, das war auch noch falsch. Ne, oh. Wenigstens muss ich die Brücke nicht nehmen. Hast du gehüpft oder was? Ja, das war mit einem zu vielen Schlägen. Ja, ja. Aber kenn ich den Speed auch nicht mehr. Hu, hu. Also nicht manuelles Hüpfen, ne? Am Anfang ist es eine Rampe. Äh, welche Rampe? Die. Achso, ah, okay, die Rampe. Kann man nur L hüpfen? Nein. Nein. He. He. Oh, was zur Hölle. Oh. Ich drück letztens. Warum war ich jetzt so langsam? Kein mal drauf an, wo du die Rampe zuerst getroffen hast. Ich liege aber auch nicht richtig. Ich muss erst mit Bundle spielen. Problem ist, ich kann nicht gucken, wenn das Ding offen ist. Doch, kannst du. Oh shit. Ich muss auch weggucken. Wieso? Weil ich so doofen lag, dass ich nicht hingucken konnte. Scheiß Bunker, ey. Dass ich nicht hingucken konnte. Scheiß Bunker, ey. Bonkers. Oh, der kommt gut. Nice. Man muss sich immer selbst beneisen, den wir uns festgestellt haben. Nicht wahr, Freunde? Aufpassen. Wofür denn? Wofür denn? Wofür denn? Wofür denn? Die letzte kannst du das gar nicht. Wofür denn? Wofür denn? Wofür denn? Wofür denn? Nein. Naja. Wofür. Hustab nicht mehr. Wofür? Nein. Kollision wäre jetzt schön gewesen. Ist aber nicht. Ich habe nicht getan, wir sieht keiner. Wow, das war besser als gedacht. Ich leuchte. Leuchten ist Erdbeereis. Okay. Rechts irgendwo. Sieht eigentlich die Linie auch bei mir oder sehe nur ich die? Ne, sehen wir auch. Okay. Einen Schlag riskieren? Ja. Okay, war falsch. Du kannst also in dem Spiel kannst du ohne Rampe echt nicht springen. Also wenn du willst, vor dir ist ein Abgrund sozusagen. Kannst nicht drüber springen, wirklich. Fällst direkt wie ein Stein runter. Komm Flocke noch ran. Es kommt noch die eine Map, die ich leider nur mit Glück schaffe. Und davon haben sie wohl mehr als genug. Ich kenne den Spot echt nicht mehr. Also das ist die jetzt hier. Oh Gott. Das müsste doch der hier sein. Nein. Nein, ist er nicht. Das ist halt nicht. Ey, diese Drecksmap. Wann haben die die so geändert? Muss ich das hier sein. Das ist doch nicht. Ich habe zwei. Ach, ich gebe es auf. Hast du weiter nach links oder nach rechts geschlagen, Conan? Rechts. Der Vorteil ist, ich kenne es mehr. Ich musste ja weiter nach rechts fliegen. Also habe ich weiter nach rechts fliegen. Ja, aber weiter nach rechts heißt gleichzeitig auch nicht so hoch. Ja, aber die Höhe war ja nicht das Problem. Ich habe wieder zu leicht geschlagen. Ich habe wieder zu leicht geschlagen. Es gibt... Ne, habe ich auch... Doch, hat der nicht. Es gibt... Ich habe kein Gefühl fürs Tempo. Kein Gefühl, der Mann. Ist so ein Schein. Ne, kein Gefühl, der Mann. Da habe ich nur noch die eine Bahn, weil die Letzte machen alle gleich, glaube ich. Na, außer ich... Alle gleich 14? Ne. Ne, das ist ja schon lange keine 14er mehr. Jetzt kommt es hier drauf an. Oh Gott. Das war falsch. Hopp. Ich weiß gar nicht mehr, wie das spielt. Ach ja, genau. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Nein. Komm schon, please. Okay, luck. Boing. Ecke, ja, 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 oh. Beim zweiten Mal. Mein lieber liebste Trippi. Ist nur noch ankommen und dann ist alles gut. Oh, der hat verkackt. Ich habe gesehen, dass Flocke schon einen Schlag mehr gebraucht hat. Ich darf nicht verkacken, ich darf nicht verkacken. Der Druck ist zu hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich habe es geschafft. Nee, das ist Klo. Oh, nicht wirklich. Dann verschränkt sie auch noch so. Weißt du, da habe ich extra einmal daneben geschlagen. Boah, starten wir auch. Oh, yeah, erster Platz. Oh, Shigo ist auch noch mit dabei. Ja, ja, deswegen. Yay. Dann muss ich jetzt das Hole in One machen, den kann ich... Okay. Ach ja, das ist die Kackbahn, die ich immer verkacke. Kacke. Nee, die kann man nicht mehr verkacken. Kacke. Kacke. Alles Kacke. Du kannst jetzt nur versuchen, direkt hinzukommen. Geht das? Okay. Ich komme immer nicht hoch und runter komme ich auch nicht, das ist so ein Scheiß. So, wenn du richtig ab... So nicht. Ich habe echt geguckt, was passiert. Es kommt drauf an, wo du hier oben abprallst. Ich habe, glaube ich, den besseren Winkel als Mario zumindest. Ich komme nicht mal von der Treppe runter. Kommt man da echt drüber? Ja. Oh, da kannst du dir liegen. Oh, da kannst du dir liegen. Für die Fans. Dass der verfehlt hat. Oh. Oh. Du flogge. Schade. Aber fast. Das könnte man schaffen. Nee, du musst mit 3,2 geradeaus. Einfach. Jetzt tickst du von der Bande ab. 3,2? Und jetzt rollst du da... Ja, okay. Du bist jetzt leider gegen die Wand. Weißt du, du musst dann da an der Ecke runterfallen. Und die Ecke nehme ich auch noch mit. Schön. Alter, das gibt es doch nicht. Was soll ich sagen? Ich bin auf der Treppe liegen geblieben. Du hast aber keinen Titel zu verlieren. Ach, der Treppe war aber geil, Maru. Von da konntest du insgesamt darum. Nein, er liegt auf einer Stufe. Ach so, auf einer Stufe. Also, sodass du nichts sehen kannst. Und der Sieger ist... Mit nur einem Eingebigung wieder... Mit einem Schlag. Hätte ich den Schlag für die Fans nicht gemacht, wäre das alles nicht passiert. Ich habe auch einen absichtlich daneben gesetzt, damit ihr aufrollt. Also, ich wollte dieses Mal auch einfach mal jemand anderen gewinnen lassen. Also, das mit dem Tannenbaum müssen wir aber noch üben, ne? Das war jetzt nicht so gut. Das war kein schöner Tannenbaum. Entschuldigung. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Bye, bye. Tschüssi.